Die Kunden sind auf der einen Seite begeistert, dass wir es so groß ausgestellt haben, dass so viele Lieferanten da sind und dass die Lieferanten auch mit so vielen Leuten da sind, sodass wirklich sich den ganzen Tag Zeit nehmen können und überall einen Ansprechpartner finden und überall die Informationen bekommen, die sie eigentlich brauchen und dass es endlich wieder nach so langer Zeit zum einen Produktneuerungen gibt und zum anderen die Möglichkeit gibt, dass man sich eben trifft, dass man sich persönlich trifft und dass man sich austauschen kann, sowohl mit den Lieferanten als auch mit unseren Mitarbeitern als auch mit den anderen Kunden. Die Lieferanten sind auch überrascht, weil sie einfach nicht erwartet haben, dass so viele Kunden kommen und sie sind ja von vor vier Jahren einiges gewöhnt, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch einmal etwas draufsetzen können und sind alle happy und das Einzige ist, sie kommen kaum zum Essen, weil es so viele beraten müssen.